Hallo, willkommen zurück. Michael hier. Tuxedo OS ist die Linux-Distribution der Augsburger Hardware-Manufaktur Tuxedo Computers, die auf den hauseigenen Rechnern bevorzugt vorinstalliert wird. Mit der Veröffentlichung von Tuxedo OS 1 öffnen die Augsburger nun ihre Distro auch für Nicht-Tuxedo-Kunden. Was von Tuxedo OS zu halten ist, ob Pop OS hier irgendwie mit rein spielt und vor allem, was es auf Nicht-Tuxedo-Hardware bringt, all das erfahrt ihr im Video. Viel Spaß! Tuxedo OS basiert auf der aktuellen Ubuntu LTS-Version, derzeit Ubuntu 22.04, bringt aber nicht Gnome Shell als Desktop, sondern KDE Plasma. So steht Tuxedo OS in direkter Konkurrenz mit Kubuntu, aber auch KDE Neon, die ebenfalls Ubuntu-Basis mit KDE Plasma anbieten. Hinter Tuxedo steht das Unternehmen Tuxedo Computers aus dem bayerischen Augsburg. Tuxedo OS kommt bevorzugt auf der hauseigenen Hardware von Tuxedo Computers zum Einsatz. In der Vergangenheit war die Distro mehr oder minder nur den eigenen Kunden vorbehalten. Doch mittlerweile ist die hauseigene Distro in Form von Tuxedo OS 1 für alle zu haben. Folgende technische Eckpunkte gehören zu den Mindestanforderungen, die euer PC erfüllen sollte. X86 64-Bit CPU, 2 GB RAM, 25 GB Plattenplatz. Damit erfüllt ihr die Unterkante. Besser euer Rechenknecht hat stärkere Performance-Werte. Aufgrund der Abstammung von Ubuntu ist auch Tuxedo OS eine Distro mit statischen Versionen. Als Paketverwaltung kommt APT mit, um die DEB-Pakete zu wuppen. Oben drauf steht das Container-Format Flatpak bereit. Als Softwareverwaltung wird darüber hinaus noch Discover aus dem KDE-Projekt mitgeliefert. Die Installation von Tuxedo OS ist nicht viel anders als die von Kubuntu oder einer anderen Distro mit Calamaris-Installer. Das ISO-Abbild könnt ihr von der Tuxedo-Seite herunterladen. Die zu erwartenden Hash-Werte der ISO-Datei sind ebenfalls gleich zur Hand. In der Beschreibung findest du die URLs zu meinen Beiträgen, wie du das heruntergeladene ISO auf Echtheit validieren kannst, um dich so vor manipulierter oder korrumpierter Software zu schützen. Schauen wir uns die wichtigsten Hacks und Befehle an. Paketquellen mit APT auffrischen, sudo APT Update. Pakete aktualisieren, sudo APT Upgrade. Unnötige Pakete entfernen nach Aktualisierung, sudo APT Auto Remove. Flatpak Pakete auffrischen, sudo Flatpak Update. Vollautomatisierte Kette, sudo APT Update und und sudo APT Upgrade und und sudo APT Auto Remove minus Y und und sudo Flatpak Update minus Y. Die Befehlskette kannst du natürlich in ein Skript packen und das wieder Grundjob einplanen. Du musst es aber nicht zwingend mit dem Terminal machen. Der App Store Discover, der ist hier, der bietet auch diese Möglichkeit, das System grafisch zu aktualisieren, was meiner Meinung nach auch völlig ausreicht. An erster Stelle wären hier die Kunden von Tuxedo zu nennen, also die, die Hardware von Tuxedo Computers erworben haben. Ob auch Anwender mit Nicht-Tuxedo Hardware damit gut aufgehoben sind, muss ich noch zeigen. In meiner VM zum Beispiel konnte ich das TCC, also das Tuxedo Control Center, nicht brauchbar nutzen. Also man kann nicht damit so arbeiten, wie es vorgesehen ist. Auf meinem älteren ThinkPad hingegen ging es im Rahmen der Möglichkeiten, was halt erkannt wurde und somit besser als in der VM mit VirtualBox. Möglicherweise stehst du jetzt vor der Frage, warum du nicht einfach Kubuntu nehmen solltest oder wo die Diversifizierung zwischen Tuxedo OS und Kubuntu liegt. Folgende Punkte wären dafür Tuxedo OS anzumerken. Es gibt Anpassungen am KDE-Thema. Es gibt Anpassungen der Treiber. Web-FRI-Integration in den Grub-Bootloader. Tuxedo-Tools wie das Tuxedo Control Center, TCC. Puls-Audio wird von Pipewire ersetzt. Grub unterstützt OS-Proper. Snap ist hier deaktiviert. Du kannst natürlich auch Kubuntu installieren oder eine andere Linux-Distribution. Doch ob dann alles so fein abgestimmt laufen wird, dazu kann dir niemand Gewehr geben. Sofern es also keine zwingenden Gründe gegen Tuxedo OS auf Tuxedo Hardware gibt, würde ich dabei bleiben, da es vermutlich das Beste aus der Hardware herauskitzelt und am feinsten darauf abgestimmt ist. Hier denke ich an das TCC, welches wiederum Performance-Werte etc. sammelt und darstellt, wie auch Einstellungen für z.B. Leistung und Lüftersteuerung vornehmen lässt. Falls du also wechselst, könnte es sein, dass das eine oder andere kleinere Zahnrad nicht mehr wie bisher oder gar nicht mehr geht und du entweder darauf verzichten oder manuell selbst Hand anlegen musst. Hab das bei deiner Risikoabwägung einfach auf dem Schirm. Kommen wir zur Systemvermessung. Meine frische Installation krallte sich 8,3 GB der Platte. Der Bedarf an Arbeitsspeicher lag bei mir so um die 860 MB RAM. Die Anzahl der installierten Pakete nach dem ersten Start betrug 2053. Schielen wir kurz zum nächsten Verwandten Kubuntu 2204 rüber und dann stellen wir fest, dass da 8,4 GB der Platte belegt waren. Der RAM-Konsum pendelte sich bei etwa 540 MB ein und insgesamt waren dort 2037 Pakete vorinstalliert. Tuxedo OS liegt also ein bisschen über den Werten von Kubuntu. Nicht erheblich, sodass es sich im Großen und Ganzen auch im Rahmen hält. Zum Zeitpunkt der Beitragserstellung liefert Tuxedo OS KDE Plasma Version 5.24.6 aus. Der Desktop bei Tuxedo OS wurde vor noch nicht allzu langer Zeit von Budgie auf KDE Plasma umgestellt. Mit KDE sind die Möglichkeiten der Anpassungen am Desktop weitreichender und allgemein dürfte die Akzeptanz vor allem bei ehemaligen Windows-Nutzern so höher sein. So seid also nicht verwundert, wenn dieser Desktop Windows 10 nachempfunden ist. Ist das ein Problem? Nein. Warum nicht? Weil es dir unter Umständen den Wechsel deutlich erleichtert, wenn du eine dir grob bekannte Oberfläche vorfindest, als wenn alles völlig fremd ist und du komplett bei Null anfangen musst. So haben wir unten die klassische Leiste, Taskleiste bei Windows. Links ist ein Startmenü, gefolgt von Schnellstartern, die frei konfigurierbar sind. Rechts sind dann Steuerelemente und Systemindikatoren. Hier könnt ihr dann auch gewisse schnelle Einstellungen vornehmen oder gewisse Sachen machen, was auch immer gerade hier ansteht. Hier könnt ihr dann draufklicken, dann könnt ihr gewisse Sachen öffnen. Ich mache das TCC jetzt mal nicht auf. Lautstärke, Netzwerkeinstellungen, was auch immer. Ihr könnt auch da weitere Indikatoren reinlegen. Das Erscheinungsbild könnt ihr ebenfalls verändern. Neben den drei klassischen KDE-Themen, die sehen wir hier, gibt es auch noch drei von Tuxedo. Also Tuxedo, Tuxedo-Dämmerung und Tuxedo-Dunkel. So, ich werde euch das jetzt mal zeigen, damit ihr euch da mal eine grobe Vorstellung von machen könnt. Wir sind jetzt hier auf Tuxedo-Dämmerung. Das heißt, die Leiste und das Menü sind schwarz gehalten, während die Oberflächen der Fenster etc. hell sind. Wenn wir hier auf Dunkel umstellen, damit alles dunkel, und ja, irgendwie gehen die Lichter aus. Wenn auch gleich, ah ja, okay, hat sich gefangen. Vielleicht eine kleine Gedenksekunde, wer weiß. So, stellen wir mal auf das normale Tuxedo um, dann wird alles hell. So, wir sind auf der hellen Seite, dann ist auch unten die Taskleiste hell. Musst du entscheiden, was dir gefällt. Ich empfand bei KDE immer das Dämmerung-Thema am angenehmsten. Aber okay, ihr könnt euch das frei einstellen. Neue Designs gibt es hier. Die könnt ihr auf Knopfdruck installieren und aktivieren. Das ist übrigens nicht nur auf die allgemeinen Designs, sondern auch auf Anwendungsstil, Plasmastil, Farben. Also ihr seht, hier gibt es immer diesen Knopf unten, der halt entsprechend der Kategorie, wo ihr drin seid, anders heißt, aber immer die gleiche Funktion bietet. Was das angeht, da ist KDE wirklich schon an erster Stelle. Also, was ihr da anpassen könnt, ist sehr weitreichend und wird wirklich das Herz des letzten Modders auch voll aufblühen lassen. Hier ist KDE wirklich extrem großzügig. Kommen wir mal zur vorinstallierten Software. Wir haben GNU Linux Kernel 5.15. Als Browser ist Firefox installiert, als E-Mail-Client ist Thunderbird mit dabei, als Büropaket ist LibreOffice mit am Start und als Software-Container wird Flatpak ausgeliefert. Kommen wir mal zur allgemein vorinstallierten Software. Tuxedo OS ist klar ein Desktop-Linux-System. Das muss es auch sein, wenn es vorinstalliert auf Clients angeboten wird. Kommt Tuxedo OS dem nach? Ja. Was man am Desktop benötigt, das wird in etwa mitgeliefert. Für die gängigen Anwendungszwecke ist schon etwas von Start an mit dabei. Was persönlich fehlt, kann via Discover nachinstalliert werden. Schauen wir mal kurz durch. Büroprogramme, also hier LibreOffice, Dienstprogramme, das sind KDE-Programme und Tuxedo-eigene Programme, Einstellungen, Systemaustellungen, Grafik, Internet, Multimedia, Spiele, ja okay, meine Spezialkategorie, ja, System, auch Systemdienste, das Tuxedo Control Center, kommen wir gleich nochmal zu. Und Tuxedo hat sich hier auch eine eigene Kategorie gebaut, das ist völlig in Ordnung. Wir machen das TCC mal auf. TCC ist das Tuxedo Control Zentrum, eine Eigenentwicklung, die zunächst ein Dashboard anzeigt. Hier lassen sich auf kompatibler Hardware auch Einstellungen vornehmen. Leider ist der Funktionsumfang in der VM deutlich eingeschränkt. Die angezeigten Kategorien sehen jedoch vielversprechend aus. CPU-Steuerung und Lüfterprofile können durchaus hilfreich sein, speziell dann, wenn ihr eine gewisse Sensibilität gegenüber konstanten Lüfterrauschen habt. Es lassen sich auch eigene Profile für die Steuerung anlegen, das sieht wirklich gut aus. Gucken wir mal kurz durch. Also wie gesagt, das geht hier jetzt nicht. Auf meinem Thinkpad hat er hier zumindest die Taktfrequenzen bzw. ein bisschen mehr angezeigt. In der VM fehlen hier einfach die Messwerte. Bisschen schade, aber okay. Ich zeige das jetzt auch nicht, damit ich sage, das ist schlecht umgesetzt, sondern Tuxedo passt das für ihre Hardware an und das müsst ihr im Hinterkopf behalten. Eine VM ist nicht der primäre Zweck, wie Tuxedo OS die Distribution packt und beliefern möchte. Deswegen habt ihr es einfach im Hinterkopf. Wenn ihr Tuxedo Hardware habt, dann könnt ihr hier auch natürlich aus den Vollen schöpfen. Ich kann das jetzt nicht, aber es ist auch nicht meine Aufgabe hier, sondern mir geht es jetzt nur darum, euch das mal näher zu bringen und zu zeigen. Wenn du also Tuxedo Hardware irgendwann dir mal kaufen möchtest, könnte es natürlich sein, dass du sagst, was bringt mir den Tuxedo OS oder worauf lasse ich mich da eigentlich ein? Und genau darum geht es hier in diesem Video, dass du dir zumindest mal eine grobe Vorstellung machen kannst. Also wie gesagt, es gibt hier auch vorgefertigte Profile, die könnt ihr anpassen, die könnt ihr aktivieren. Default, cool and breezy, also das heißt, kühl und lüftet. Power Save Extreme, das heißt, da wird er das Throttling wahrscheinlich auch entsprechend setzen. Ja, nette Sachen. Das kennen viele von euch wahrscheinlich auch aus Windows. Die Energieverwaltung in Windows bietet das oftmals auch an. Bei Linux war das viele Jahre ein ziemliches Trauerspiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin froh, dass Tuxedo das hier so liefert. Dann ist es wirklich ein Schritt in die richtige Richtung. Also das wäre schön, wenn es auch via Upstream in andere Distros irgendwann mal gelangen könnte. Denn ich kann mir vorstellen, dass auf diese komfortable Weise das schon bei vielen gut angenommen werden würde. Aquaris ist dann eure Anlaufstelle, wenn ihr die externe Wasserkühlung euer eigen nennt, die Tuxedo auch anbietet. Insgesamt ein interessantes Programm. Wie gesagt, man kann es auf der VM leider nicht voll ausschöpfen. Doch man kann sich gut vorstellen, wie es unter Tuxedo-Hardware seinen Dienst verrichtet. Bevor wir langsam aber sicher zum Ende des Videos inklusive Fazit kommen, kommen wir nochmal auf eine Frage zurück, inwiefern das Ganze mit PopOS zu tun hat. Die Linux-Distro PopOS entstammt im US-amerikanischen Unternehmen System76, das ebenfalls Linux-Hardware anbietet und im Jahr 2022 ankündigte, auch den europäischen Markt stärker bedienen zu wollen. In Europa gibt es aber nicht nur Tuxedo-Computers, sondern zum Beispiel auch das spanische Unternehmen Slimbook. Doch stehen die Unternehmen in einer gewissen Wettbewerbssituation und vor allem die Linux-Distro PopOS von System76 befindet sich derzeit im Aufwind. Auch mein Test von PopOS 2204 fiel durchaus positiv aus. Die Distro läuft gut, auch ohne System76-Hardware, obwohl minimale Abstriche hinzunehmen sind. PopOS tritt allen Anschein nach langsam sogar in Konkurrenz zu Ubuntu, der Quelle von PopOS. Mit Tuxedo-OS könnte der Vorstoß unternommen werden, eine vergleichbare heimische Lösung anzubieten und Relevanz aufzubauen, bevor PopOS sich hier zu sehr festsetzt. Sofern meine Annahme hier korrekt ist, wäre dieser Schritt eine direkte und nötige Reaktion gewesen. Doch um PopOS ernsthaft etwas entgegenzusetzen, muss Tuxedo nicht nur reagieren, sondern auch künftig agieren. Mit der Veröffentlichung von Tuxedo-OS ist die strategische, wichtige Ausgangslage hierfür zumindest erreicht. Jetzt kommt es darauf an, wie gut sich Tuxedo-OS ohne Tuxedo-Hardware schlagen wird, wie es angenommen wird und wie es sich von Ubuntu bzw. Kubuntu perspektivisch und mittel- und langfristig abhebt. Tuxedo-OS kann seine Stärke vordergründig auf Tuxedo-Hardware ausspielen. Damit agiert Tuxedo-OS ähnlich wie PopOS von System76, wo zum Beispiel bei der Option Firmware zu aktualisieren, dies auch nur System76-Hardware vorbehalten wurde. So kann man feststellen, dass die Distros kostenlos angeboten werden, ihr volles Potenzial jedoch nur dann ausspielen, sofern man die Hardware vom jeweiligen Herausgeber zum Einsatz bringt. Doch als Option zum Reinschnuppern vor dem Hardwarekauf ist es eine tolle Sache. So kauft man nicht die Katz im Sack, wie es ein Sprichwort sagt. Man kann es ausprobieren, vielleicht im etwas reduzierten Umfang, aber völlig unverbindlich und in Ruhe. Und es wäre auch kein Problem, wenn man aus der Probephase dann einen Dauerzustand macht. Testest du also Tuxedo-OS und wirst damit warm, dann kannst du es auch, wenn du Bock hast, dauerhaft nutzen. Das ist kein Problem. Tuxedo setzt auf Transparenz und versichert, dass der Quellcode jedes Treibers und aller Softwarepakete frei einsehbar zur Verfügung steht. So verzichtet man nach Eigenangabe auch vollständig auf das Sammeln von Telemetriedaten oder auf Plotware im Sinne von Werbe- und Demo-Software. Auch ist, anders als bei Windows oder macOS, kein Online-Konto beim Hersteller nötig, um das Betriebssystem in Betrieb zu nehmen oder vollumfänglich seine Dienste zu nutzen. Interessant wäre auch zu wissen, wie lange Tuxedo-OS unterstützt wird. Immerhin basiert es auf Ubuntu 22.04 LTS, welches bis April 2027 versorgt wird. Da die Tuxedo-Seite hierzu mir keine Auskunft gab, hatte ich eine Anfrage gestellt. Die Antwort kam noch am selben Werktag nachmittags und war ausgesprochen technisch detailliert und somit präzise. Vielen Dank schon mal dafür. Die Details folgen jetzt. Eine Tuxedo-OS-Version schöpft den vollen Support-Zeitraum der LTS-Basis aus. Heißt, Tuxedo-OS wird bis 2027 versorgt, einerseits mit den Ubuntu-Sicherheitsaktualisierungen, als auch mit den Backports und Anpassungen von Tuxedo-OS. Auf meine Frage, wie der Upgrade-Prozess auf Tuxedo-OS 2 aussähe, nachdem Ubuntu 24.04 veröffentlicht wurde, gab es ebenfalls Rückmeldung. Hier wird derzeit noch kein vollumfänglicher Prozess angeboten, da man in der Vergangenheit immer wieder Kunden hatte, die auf Probleme stießen. Da man eine ganzheitliche Lösung für die Endkunden anbieten will, sucht man derzeit noch nach einem kompletten Lösungsansatz im Sinne der einfachen Handhabung durch den Endkunden. Also aktuell noch nicht das Ende der Fahnenstange, aber es ist Stand heute, also Herbst 2022. Es ist noch genügend Zeit, noch über vier Jahre, bis bei Ubuntu 22.04 die Lichter des regulären LTS-Support-Zeitraums ausgehen. Und von daher wird das noch reichlich Zeit und Gelegenheit, den Jungs und Mädels von Tuxedo geben, hier eine Lösung an den Start zu bringen. Ich bin sicher, dass die das schaffen. Fazit Tuxedo-OS ist ein Dauerläufer für den Desktop. Alleine dieser klare Fokus ist beruhigend, denn so kann die volle Konzentration dahin gerichtet werden, wo sie hingehört. Ein bestmögliches Nutzererlebnis für den Kunden anzubieten, auf Linux-Basis. Kann das gelingen? Durchaus ja. Allerdings mit der Einschränkung, dass wer wie ich zum Beispiel Gnom Shell nutzt und kein KTE-Nutzer ist, hier vielleicht etwas zögert. Doch wir sind ja in der Linux-Welt und so kann man sich sein Wunsch-Desktop im Bedarfsfall auch nachinstallieren. Doch verlässt man dann den vorgefertigten Pfad von Tuxedo-OS und das jetzt ohne negativ zu meinen, denn es geht ja hier um das Paket, das Tuxedo-OS-Computer schnürt und ausliefert. Von daher will ich nur sagen, man kann die anderen Desktops auch selber nachinstallieren, dann muss man aber selber noch ein bisschen anpassen. Deswegen konzentrieren wir uns jetzt hier auf das Paket, was ausgeliefert wird, also eine Ubuntu-Basis mit KTE. Für KTE-Anwender ist Tuxedo-OS durchaus interessant. Hier bekommt ihr eine rundlaufende Distro, die optisch angenehm angepasst wurde und noch die Goodies wie das TCC innehat. Klar, nicht jeder von uns ändert täglich die Lüftersteuerung oder die CPU-Taktwerte. Doch hat man es verfügbar und sich erstmal daran gewöhnt, dann will man es auch nur noch ungern wieder hergeben. Der ausgelieferte KTE-Plasma-Desktop 5.24.6 ist relativ aktuell und zum Beispiel KTE-Neon bietet derzeit KTE-Plasma 5.25.5. Auf den ersten Blick dachte auch ich, dass Tuxedo-OS ja irgendwie neuer ist als das, was KTE-Plasma ausliefert. Doch beim zweiten Blick wird klar, dass Tuxedo-OS 5.24.6 und KTE-Neon 5.25.5 anbietet. Die neueste stabile Version gibt es also bei KTE-Neon. Eine geringere Stabilität als Kubuntu kann ich bei Tuxedo-OS ebenfalls nicht attestieren. Also von der Seite gibt es nichts zu meckern. Tuxedo-OS ist eine sehr gute Testmöglichkeit, falls du den Kauf eines Rechners von Tuxedo-Computers in der Wägung ziehst, aber bislang gezögert hast, weil dir die Distro unbekannt war und du nicht ins Wagnis reingehen wolltest. Einem unverbindlichen Test in aller Ruhe steht jetzt nichts mehr im Wege. Ein bislang nur beiläufig und gar nicht groß erwähntes Argument für Tuxedo-OS ist der deutschsprachige Support, den ich als Kunde bekomme, wenn ich Tuxedo-Hardware kaufe. Das bieten dir KTE-Neon und Kubuntu nicht an. Klar, durch den Kauf bezahlt ihr auch, aber damit bekommt ihr auch einen Gegenwert zurück. Natürlich kannst du auch deinen PC sonst wo im Elektronikmarkt um die Ecke kaufen und jede beliebige Distro aufspielen. Geht was nicht, musst du dich selbst um eine Lösung kümmern. Hier kannst du erwarten, dass die Kiste nach dem Auspacken perfekt läuft und gibt es mal eine Frage oder ein Problem, dann kannst du den Tuxedo-Computer-Support in Anspruch nehmen. Kaufst du dir einen Rechner mit Windows oder Mac, dann hast du dort auch entsprechende Optionen des Hersteller-Supports. Heißt natürlich nicht, dass das alle brauchen, aber es ist beruhigend zu wissen, es zu haben. Und der Kaufpreis geht nicht an ein Unternehmen, das sonst wo in einer Steueroase sitzt, sondern in Augsburg und dort Leute beschäftigt und bezahlt. Hier spricht jetzt übrigens nicht Tuxedo-Computers, sondern das ist meine persönliche Meinung zu dem Thema. Dieser Beitrag wurde nicht von Tuxedo unterstützt, mit der Ausnahme meiner Mail-Anfrage im Hinblick auf die Support-Seiten von Tuxedo OS 1 und den Upgrade-Prozess. Darüber hinaus hat Tuxedo hier keine Aktien im Spiel. So kommen wir zum Ergebnis, dass Tuxedo OS 1 eine interessante und gut aufgebaute Distro ist, die allen KDE-Anwendern auch entsprechend zu empfehlen wäre. Das ist jetzt keine Aufforderung, Hals über Kopf zu Tuxedo OS zu migrieren, sondern ist ein Tipp, es einfach mal anzuschauen, sich damit vertraut zu machen. Viele Distros mit Wurzeln in Deutschland gibt es leider nicht. Tuxedo OS ist aber eine dieser und das kann man auch im Hinterkopf behalten. Die Anstrengungen, die hier unternommen werden, münden in einem sauberen und runden Produkt. Nur kurz am Rande, ich habe Tuxedo OS auch mal mit Gnomeshell installiert, beziehungsweise ich habe dann Gnomeshell nachinstalliert. Aber das ist optisch dann nicht ganz so konsistent wie Ubuntu selbst und man müsste das Ganze dann auch mit gewissen Nacharbeiten anpassen. Das ist moderat, aber man muss halt noch was tun. Falls euch das interessiert, lasst mich das mal in den Kommentaren wissen. Dann könnte man gegebenenfalls noch einen nachfolgenden Beitrag dazu machen. Wie hat dir denn Tuxedo OS gefallen? Schaust du es dir selber mal in einer VM an oder erwägst du vielleicht perspektivisch auch mal den Kauf eines Rechners von Tuxedo Computers? Bin gespannt, was von euch an Rückmeldung kommt. Falls du noch ein bisschen Zeit mitbringst, dann blende ich gleich noch zwei Vorschläge ein. Vielleicht ist ja was Interessantes für dich dabei. Und falls du noch kein kostenloses Kanal Abo hast, wäre jetzt die passende Gelegenheit. Danke schon mal für die freundliche Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Habe die Ehre, euer Michel.